Die Geschichte der Menschheit ist reich an ungelösten Rätseln und Geheimnissen. Auf den Spuren der Allmächtigen beantwortet ihnen Fragen, die schon allein fast noch dümmer sind als ihre Antworten. Hatten die Wikinger elektrische Eierkocher? Wird bereits in der Bibel ein Mann namens Jesus beschrieben? Waren die Meier-Pyramiden oder auch die der Müllers nur steinerne Satellitenschüsseln, um in der Wüste Super-RTL empfangen zu können? Und vor allem bin ich nur ein harmloser, durchgeknallter Opi, der gern alberne Bücher schreibt, oder ein entlaufender Geisteskranker vom Planeten Pluto? Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, bestellen Sie besser ganz schnell Ihre Ausgabe von Auf den Spuren der Schwachsinnigen, bevor ich mit meinem Raumschiff in Ihrem Garten lande, Ihren Hund fresse und mit meiner Strahlenpistole Ihre Kinder entmaterialisiere. Rufen Sie an. Ich warte auf Sie. Aber nicht mehr lange bestellen Sie jetzt auf den Spuren der Schwachsinnigen.